Ich dachte jetzt können wir uns seine scheiß Zeichnung ansehen was er da für einen Mist gemalt hat. Enttäuschend echt enttäuschend lebensenttäuschend so wo war das also Azakusa ne ja genau hier glaube ich oh hier alter Mann mit Hut I see you're looking around a lot to watch the what you're looking for oh I seen this guy yes it was right over there let's see I was walking on by and that's it it was the at the central hospital I saw him in the lobby of the central hospital that's jetzt richtig was wir tun ist das jetzt wirklich noch der jetzt ist natürlich warum soll das monster hier sein ach da ist es ja so kein monster ist doch süß das ist doch weiß ich nicht mehr wieder heißmann it hurts it hurts it hurts that's okay no need to worry the pain will go away soon huh who are you get away from that girl what are you doing can't you see I'm giving this child organ medical attention right now hang in there just a little bit longer I am a Digimon I came through a portal that opened up between two different worlds I could help but note I couldn't help but notice that where that that there weren't enough people to care for the patients here so I volun-ti-reed or so I heard that other demons who came through the portal at the same time have been attacking human I couldn't just sit here I know you just need to brave it out a little longer okay you will be just fine as soon as your ex examination it's finished have you have we cleared up our misunderstanding now if so please leave more and more patients are coming in and the lobby will be full soon huh what is that you show monster drawing I see you came here is searching of the fellow unfortunately I'm not I am not him that's wizardmon I can see how you would mix us up as there's no color in that picture the shape of the staff is different cuz see if you are looking for wizardmon you should head to akihabara I saw him there the other day what what would a human one with me that picture looks like a child dwarves did you find this in an elementary school or something in that case time for you to disappear oh god mirror reflection reflection so spricht man's aus die will ich eigentlich auch noch haben weil eigentlich finde ich den ganz cool deswegen baller ich jetzt einfach mal weg was die digitations form von dem sind und so was aua lass das ja macht sowieso kein damage hier knock knock back knock 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 knocking on heaven store oder so ich weiß auch nicht ja hier so viel so viel scheiße hat er noch nie gesehen in seinem leben außer als er die zeichnung gesehen hat von sich selber das ist ein mist was der da gezeichnet hat hör mal auf damit was das mache ich auch nicht so und wegputzen tschau tot ja bist du auch level ab ich freue mich gewaltig darüber freue mich wirklich sehr die fand oh gott ich hoffe das klappt oh gott ich hoffe das klappt wirklich ich hab so schiss dass das nicht klappt ich hab angst ok ok okay yes i sneaked into the school at night i was the first time i had i had ever seen a human school building so i couldn't help but take a look around well i guess there's no excuse for leaving it so untidy sorry please let the person who draws that know that i won't go into school anymore so there's no need to worry but if my leaving stuff around in the school started this seven will sing then i guess that's not good hmm naja gut haben wir erledigt turned in monster drawing oh that smug expression did you find out who was behind the last riddle tell me jo ein Digimon ne Wizardmon weißt du it was actually a Digimon ja Wizardmon okay then it's settled the case of the seven mysterious riddles is salued ja aber du nervst huh the Digimon didn't like how i start the rumor about the seven riddles okay got it if he hated so much i will keep this really real identity a secret you haven't told anybody else have you ja nur auf facebook aber das sieht ja keiner oder we will keep it in identity identity of who is really behind the seven riddles as our little secret ha 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 na ich schon da he he ne aber ich habe mal improvisiert ich bin nämlich ein harter hund oh jetzt kriegen wir schon die ersten facebook kommentare dazu mein Freund fragt warum ich bin ein Mensch geworden ja dann wird doch ein scheiß Mensch dann bist du aber ein Mensch mit einem Auge hat keine Tiefenwahrnehmung oder was so jetzt ist natürlich die Frage was machen wir äh erstmal abgeben ja genau erstmal abgeben hab ich vergessen jo erledigt so the last of the seven mysterious required wizardsmon curiosity I didn't pack him for it but he just might make for a decent detective jo find ich auch so whatever so alle die dinger die hier unten werden ja äh dezent ignoriert wissen wir ja schon schön jetzt natürlich ist die Frage gehen wir jetzt mit Mireille reden oder Mireille oder Miranda oder was auch immer oder wir gehen nochmal in den Park und gucken was was da hinten abgeht halt ich weiß halt auch nicht was da hinten abgeht ich würde mal sagen wir gehen erstmal jetzt in den Park ist sowieso schon beschlossen es sieht ja nicht so danach raus dass ich jetzt hier ich speicher voller Panik speicher ich jetzt erstmal Panik die 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 Was träg ich der denn für Schuhe? Ich will auch so ne Schuhe haben. Die sind mega. Ich sehe, du willst mir helfen, um diese Welt zu schützen? Du bist aus, um so viele Weltkriege zu verhindern, wie du kannst, um Leoparden von dieser Welt zu verhindern. Du zeigst mir die Gefahr. Einige Menschen haben eine Kampfspirite. Hä? Ja. Und jetzt, ich muss die Decline. Hä? Ich habe kein Interesse in deinen Quarrel mit Digimons. Mein einzigartig ist, wie schnell ein Hegmon von einem Dishalb in ein properer Royal Knight. Ich weiß nicht, wer in der Hand ist. Human oder Digimon. Und jetzt. Ich werde dir helfen, wenn du meine Reaktion akzeptieren kannst. Okay. Okay. Join me in training my Disclive, Hegmon. What? You want to have a human train me? I'll never train with anyone but you, Master. Why are you handing me over to a human? Why are you handing me over to a human? I will be found with this person. I will be found with this person. Do not return to me until you find it. Master? Train well. Train well. Together the two of you must defeat Bunch Leomon. In doing so, you may well find your something that you seek. But with my power I could never beat Bunch Leomon. Very well. Then you shall remain weak. Oh, Master. I always be weak. I have disappointing my Master. Ah, passt schon. Du gehörst jetzt zu mir, weißt du? Bei mir wärst du super. There is no way I will ask you for help. I will take down Bunch Leomon on my own. And then my Master will deliver, will believe in me again. So don't, don't you da follow me. Ich will den haben. I should follow him. Folge mir nicht. Ich soll den folgen. For the time being. Na gut, gehen wir hinterher. Bunch Leomon soll er besiegen? Ueno Park Museum. Zur Dinosaurier Expo. Oha. Eine digitale Anomalie. Sehr schön. I made a promise to Gankomon. That means I should follow him, right? Na klar. Komm, passt schon. Mach dir keine Gedanken über irgendwelche Konsequenzen. Lebe mit ihm jetzt. Hahaha. So, wir haben wieder eine schöne Nachricht. Ja, ist ein Traum. Okay, war nicht unsere Nachricht die wir lesen sollten. Aber trotzdem. Da ist wieder so ein Stinky Noonemon. Überall sind Stinky Noonemons. This is no place for you. The whole area is restricted on. Hey. Ich, ich. Oh, don't want to get calls. I guess I can't just walk on through. Echt? Versuchen wir es hier doch mal. This is no place for you. The whole area is restricted. Go on. Hey, Amadellomon. Oh, you want a fight? You must want a fight. Because you are giving me that. I want a fight. Clear? Yeah, dann lass uns kämpfen. Ja, doch nicht, wa? Amadellomon ey. Ich stehe da mit mega digimons und der sagt er will kämpfen. So, wie kommen wir denn jetzt da rein? What's up with that light coming out of the museum entrance? Is that, you know, the phenomenal thing they were talking about on TV? This is no place for a monster to be running wild. Ueno is the site of our national greatest treasure. Our heritage as a proud people. Get out of my face. We aren't go nothing to do with that crap. Requesting immediately back up in Ueno. Yes, I've confirmed the presence of a number of Digimon hold up inside. Await new order over. So. You want to go into the museum? Are you crazy? It's not a museum anymore. It's a monster, Dan. Ja, und? Ja, aber ich möchte trotzdem da rennen. The special exhibit down at the museum is flawless. I wish I could see it all again, but monsters. Ja, ich mach sie euch weg, aber ihr lasst mich da nicht rennen. So, kletter hier mal rüber. Nein, du sollst doch rüberklettern. Ah, wie komm ich denn jetzt da rein? Wie komm ich denn jetzt da rein? Komm ich mal da rein? Wenn ich es oft genug versuche, darf ich denn irgendwann rein? Wie komm ich denn jetzt in das blöde Museum rein? Warum ist jetzt hier alles bewacht? Früher hatte ich Auslaufen, jetzt darf ich nicht mehr oder was? Vielleicht finden wir irgendwo so ein Connecting Jump Ding und können da vielleicht rein Connecting Jump. Sheldudemon ist auf dem Max Level. Ja, wer ist denn Max? Wir reden einfach mal mit allen. Vielleicht kann uns irgendjemand helfen. Goodness gracious, was ist passiert? Ich will ins Museum und keiner hilft mir. Können wir mit denen da hinten jetzt noch mal reden? Heckmon headed to the museum. Alone in case. Take care of my student. Ja, ich darf aber nicht rennen. Neee. Ich habe gesagt, ich habe ihn gesagt, es ist sehr gefährlich für ihre kleine Sightseeing-Tür. Hey, keine Skin auf meinem Nose, wenn etwas zu ihm passiert. Irgendwas, was wir hier übersehen? Nee. Ja, ich bin schlafen. Ich denke, es ist Zeit für meinen ersten Nose auf dem Tag. Katzen. Natürlich. Da kommen wir gar nicht lang. Hier ist sogar eine Alphamauer. Ist ja Wahnsinn. Das Museum ist direkt unten hier. Let me be the first to tell you through. You don't want any part of that right now. Doch, will ich. Ich will. Ich will. Ich will. Warum darf ich da nicht rein? Warum darf ich nirgends wo rein, wo ich rein will? Wie komme ich denn jetzt in dieses verdammte Museum rein? Dauert es noch? Ich vermute mal, das dauert noch. Na gut. Denn, wenn es noch irgendwie aus unerfindlichen Gründen dauert, machen wir erstmal das andere. Dann gehen wir jetzt erstmal ins Digimon Labor. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich da jetzt in das Museum komme, weil die stehen mir ja alle im Weg. Ich darf ja wieder nicht. Ich darf ja nichts mehr. Die Armee steht überall. Die Polizei steht überall. Ich bin schon groß. Ich darf eigentlich. Okay. Wir können Meramon digitieren lassen. Zu Skull Meramon. Und dann digitieren wir ihn gleich wieder zurück. Big Shot Creed. Aha. Ist ja toll. Ne. So. Dann können wir den gleich wieder zurück digitieren, weil wir brauchen... Wie viel brauchen wir? 80 Abi. 80 verdammte Abi. Krieg das jetzt mal hin, ey. Oder wir machen ihn Boltmon, aber ich will den nicht als Boltmon haben. Das ist ja eine Blamage. Wir machen ihn zu Wizardmon jetzt, oder? Ne. Wir bleiben bei Meramon. Haha. Ich will ihn nicht jetzt herumprobieren. So. Wir sind bei 38 Abi und wir sollen 80 haben. Alter Finne. Da wärst du ja verrückt bei. So. Wie sieht's aus mit Magna Angemon? Der hier soll das ja sein. Defense 130. Wie viel hast du? Defense 117. Ja. Da musst du aber noch ein bisschen, wa? Mein Freund. So. Was sonst noch? Pale Dramon ist in Arbeit. Und das haben wir ja alles, ne? Können natürlich noch die anderen gucken. Andromon. Dann können wir zu denen machen. Zu hier Andromon. Aber ich will ja weiterhin den haben. Aber sein Speed will ja nicht steigen. Voll fies. Sukamon. Können wir ja eigentlich zu Wademon, oder? Max SP 85. Ja, da muss er noch ein bisschen, aber... Dann haben wir einen Wademon. Ja, wir machen den zu Wademon. Shell Nuneemon ist Max Level. Kann aber überhaupt nichts machen. Klasse. Digitieren wir ihn zurück zu... ...den hier. Digitieren wir jetzt erstmal wieder ein bisschen herum. Demi Devimon. Kannst du irgendwas? Oh, Barkemon. Oh, Barkemon wär cool. Barkemon wär cool. Ich glaub den digitieren wir jetzt zu Barkemon. Weil ich will einen Barkemon haben. Ich weiß nicht warum, aber ich find Barkemon irgendwie cool. Weil der immer Barkebarke sagt. Ich weiß nicht warum das cool ist, aber... Barkebarke. Der ist schon cool, ne? Wenn man Barke sagt. Zu was kann der denn überhaupt? Thumpkinmon, Miotismon und... Ich weiß nicht. Aber der kann sowieso zu Gornix hier, ey. Können wir ihn auch wieder zurück digitieren lassen. Machen wir zu dem. So. Und den können wir nämlich zu Demi digitieren lassen. Oder zu Barkemon. Müssen wir mal gucken. Was haben wir sonst noch hier? Kera Kera. Oh Gott, wir haben noch Keramons. Digitieren wir zu dem. Klicken wir mal weg. Damit das ein bisschen zackiger geht. Du kannst digitieren zu Infernomon. Ja. Oder zu dem da oben. Was auch immer du da oben bist. So, ansonsten. Grab Leomon. Glaube ich nicht. Ne, das ist... Quagamon. Nö. Gargomon. Ne, den will ich eigentlich zu dem haben. Aber der braucht Kamm 50%. Naja, den lassen wir erstmal noch ein bisschen. Flamedraht. Toge. Togemon. Lillimon oder so schon? Ne. Braucht... Prozente. Machgau. Ja. Oder zu Pumpkinmon. Aber ich will eigentlich Lillimon haben. Damit wir Wozmon bekommen. Das wäre cool. Geht auch noch nix. Duragamon. Auch nicht. Gaogamon. Aha, aha, aha. Ikakumon. Impmon können wir bestimmt auch schon. Zu wen machen wir denn dann? Ich weiß nicht, den machen wir jetzt zu Wizardmon. So, da haben wir einen Wizardmon. Wizardmon können wir digitieren lassen zu Skull. Zu Weißmon. Ah, ja. Cool. Stimmt. Ergibt irgendwie Sinn. Pseudomon. Ethemon. Zyklonmon. Oh, den können wir digitieren lassen. So ein. Wer wird denn das? Hier. Das schauen wir uns natürlich an. Da wollen wir natürlich sehen, zu wem Zyklomon wird. Es ist... Ich habe keine Ahnung, aber der ist mega geil, Mon. Duru Greymon. Duru Greymon. Den finde ich, der sieht mega geil aus. Voll so ein Drache hier. Oh, der kann zu... Oh, zu einen Royal Knight kann der werden. Der kann nur zu Royal Knights werden. Kann das sein? What the fuck? Okay. Geht hier mal zurück zu Garurumon. Weiß nicht warum, aber mach es einfach. Gehorche mir. Duru Greymon sah gerade irgendwie voll cool aus. So, Birdramon können wir schon. Nö. Blackgatomon? Weiß ich gar nicht. Ist ja schon Champion, ne? Äh, nee. Ultra. Weißmon. Auch alles irgendwelche Abi-Dinger. Musste man eigentlich zurück. Aber das langt jetzt erstmal. Sind wirklich... Achso, das war schon alles fertig. Oh, wusste ich gar nicht. Verdammt. Dann... Machen wir natürlich wieder die Suche. Natürlich wieder die Suche. Damit da auch ein bisschen was zustande kommt. Dann haben wir das auch gleich erstmal erledigt. Ne, lass mich. So, damit das auch alles was wird. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Ja, wir können Farm Expansion machen, aber... Egal. So. Und wir sollen mit Mireille reden. So. 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 nicht. So was haben wir gar nicht. Was sollen wir haben? Okay, ich rede mal einfach mit Kyoko, die kann uns bestimmt helfen, weil ich bin ein bisschen verwirrt, was wir jetzt genau brauchen.